Ich wiederhole, Sie sind im Gebäude. Wir brauchen Verstärkung. Wir brauchen sofort Verstärkung. Das gefällt mir am besten. Es lässt Deine Augen funkeln. Tatsächlich. Ich gebe Dir zwei zum Preis von einem. Wow. Du schon wieder? Gehört der Laden Dir? Nein. Meinem Vater. Wie viel? Das macht 800 Rupien, bitte. 800 Rupien? Okay, okay. Für Dich 5,50. Unglaublich. Also. Lässt Dein Vater Dich hier immer allein? Nein. Er ist weg und kämpft gegen die Rebellen. Oh. Dann hat die indische Armee ihn einberufen? Nein, er ist Freiwilliger. Wirklich? Also ich an seiner Stelle würde Dich nicht Dir allein lassen. Okay. Das sind 300. Gegenvorschlag. 400 Rupien plus Ganesha. Den willst Du nicht. Den willst Du nicht. Er ist kaputt. Siehst Du? Sag bloß, Du kennst die Geschichte nicht. Ganesha kämpfte mit Paraschurama, als er die Tür seines Vaters bewandt. Um die Ehre seines Vaters zu verteidigen, Shiva. Und dabei wurde ihm der Stoßzahn abgehackt. Hm. Interessant. Jedenfalls ist er unverkäuflich. Auf die Minute. Okay, hier. 600 Rupien. Der Rest ist für Dich. Hey, warte! Hey, ich kann Dir helfen. Oh, und was kostet mich das? Wir holen hier alles. Ich muss auf diesem Laster sein, bevor er fährt. Also, dein Ganesha, Ernst, was willst du dafür? Nicht zu verkaufen. Also, dein Ganesha, Ernst, was willst du dafür? Was? Ich verstehe mich nicht falsch. Gute Technik beim Rostziehen. Aber ich möchte mein Ganesha zurück. Bitte. Schön. Aber nicht schlecht, Kleine. Ich würde sagen, was ich hat mich wieder verfolgt? Ich würde sagen, was ich? Ich werde dir die Fremd du den. Es darf niemand über diese Brücke gehen. Es ist zu gefährlich. Hör zu, Schatz. Es war nett mit dir. Aber du musst jetzt wirklich gehen. Ich habe im Laden noch ein Bett. 300 Rupien. Das beste Angebot in Indien. Okay. Nein, danke. Ich muss auf diesen Laster. Keine gute Idee. Die Rebellen, die tun Leuten weh, weißt du? Hör zu. Ich muss meiner Freundin helfen, okay? Pass auf. Wenn ich zurück bin, Pizza-Party. Deal? Deal. Gut. Scheiße. Verdammt. Sir, Sir, bitte. Mein Dad, wir waren Eis essen und ich bin hier nicht mehr. Ich kann die Uni nach Hause. Ganz kurz. Ganz kurz. Er stand da drüben. Ich habe mit dem Mann geschwommen. Und als ich... Bitte schreien. Warte. Scheiße. Scheiße. Vielen Dank. Wir bringen noch Vorräte zusammen. Dieser armen Schwein. Okay. Rote Tür. Das ist sie. Besser als nichts. Dann mal los. Es ist nur ein Kriegsgebiet. Alles ein Kinderspiel. Die sind die. Die sind die. Das ist sie. Hey Moment, warum so eilig? Woher weiß ich, dass du hier nichts reinschmuggeln willst? Arme hoch. Hey! Gefährlich draußen um die Zeit. Hey! Wo wohnst du? Bist du taub oder was? Antworte jetzt! Wo du wohnst, habe ich gefragt. Bei der Rafter. Ich habe gerade zu tun. Das kann warten. Ja, Sir. Komm nach drinnen. Verstanden. Du kommst mit. An die Waffe. Sir, was ist mit dir? Lass sie durch. Du hast ihn gehört. Ab mit dir. Er handelt, dass ich woanders hin muss. Und die Schen. Ich kann das nicht weg. Ich kann das nicht weg. Ich kann das nicht weg. Puh! Dann geht doch los! Unter dir. Schön. Falscher Weg. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Hast du Feuer? Ich rauche nicht. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Das hitteln ja? Das ist nie. Was ist das dann? Fast. Fast. In der Gasse sind noch welche. Heute Nacht geht's los? Ganz kaum erwarten. Hab genug von diesen Leuten. Nein. Was darf sagt? Noch eine Woche. Noch eine Woche in diesem Loch. Denk an das Endziel, Bruder. Hast du noch die Flasche Kokos-Arak? Vielleicht. Was ist sie dir wert? Meine ewige Dankbarkeit. Ist nicht gut. Wozu hell hast du den Arak überhaupt her? Weiter die Straße runter. Dieser Kerl hatte eine riesen Sammlung. Denkst du, da ist noch was? Hab nur zwei Flaschen genommen. Ich geh später rüber. Okay. Oh, verdammt. Super Timing. Pink. Lotus. Was soll das heißen? Ich hab's kaum erwarten, richtig zu kämpfen. Hier ist es scheiße. Stimmt. Aber das hier war eine wichtige Fest. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Vorsichtig. Ich hab genug von diesem kleinen Kram. Wann kämpfen wir gegen die Tyranien? Hassan fragt den Rauf der Vorbereitungszeit. Die Regierung hält uns für einen Winz. Das werden sie nicht mehr lange. Burevisch sind. Burevist. Burevist. Ja. Gute. Burevist. Burevist. WDR mediagroup Glocken Oh, come on. Geschafft. Oh mein Gott. Die indische Armee meint das ernst. Ah, Hyklotus. Habe ich mir anders vorgestellt. Oh mein Gott. Ja. Was zur Hölle? Jetzt hab ich dich. Kein Entkommen, Kleiner. Du bist zu spät, Fraser. Halt mich ab, dich zu sehen. Scheiße, ich hab mir das Dahllein zerlegt. Halte sie auf. Verdammt, was sollte das? Ich dachte, du bist Profi. Ach, bleib locker. Dann lebst du länger. Locker? Ich hab Wochen gebraucht, um Assaf zu finden. Der Mann ist absolut unberechenbar. Er ist nur ein Kriegshetzer ohne eigenen Krieg. Nein, du kennst ihn nicht so wie ich. Er ändert Ort und Ablaufpläne stündlich. Wir dürfen keine unnötigen Risiken eingehen. Wir? Lass uns eins klarstellen. Das ist meine Show. Und deswegen machen wir's auf meine Art. Entscheide dich. Er ist der mit dem Bart. Na bitte, geht doch. Hm. Sexy. Wenn man Psychopathen mag? Niemand ist perfekt. Das Basislager? Ganz oben. Balkon. Okay. Dann mal los. Hatte unsere Route schon geplant. Aber jetzt suchen sie nach uns. Was schlägst du vor? Ich überleg mir was.